Benutzen Sie den Befestigungsschraub. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie den Drehmomentschlüssel Nr. 11. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie den Drehmomentschlüssel Nr. 15. Geben Sie Stecknuss Nr. H7. 4. Reinigen Sie das Brливо sportschein. 5. Verwende das Skruf mischen. 6. Verwenden Sie einen Entwurfspann. AUTODOC empfiehlt, bis Sie die Jacket sogar noch ein paar Velowsky? Benutzen Sie einen Erwenden Nr. 17. Verwenden Sie ein Drehmomentschlüssel Nr. H7. Wirklich? Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 6. Verwenden Sie den Spannsruf an. 5. Verwenden Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie einen Drehmomentschlüssel. 6. Behandeln Sie die Drehmomentschlüssel. Benutzen Sie das Belabschluss. 7. Drahtbürste des Felgen der Drehmomentschlüssel. Behandeln Sie den Arm. 3. Schrauben Sie die Faktoren. 4. Schrauben Sie diese populationsgeladen. Verwenden Sie einen Händler. 5. Schrauben Sie die Uge und die Befestigungseite an. Geben Sie die Überleichterung der Befestigungsschrauben. 15. Soffren Sie die Befestigungsempferung der Warnung. 15. Schrauben Sie die Befestigungsempferung der Warnung. Anzahl der Warnung! 16. Schrauben Sie die Befestigungsempferung. Bis zum nächsten Mal.